In der Nummer 75 gestartet ist Kirchfeld. Ja, ganz, ganz toll. Schaut mal, wie cool das ausschaut. Ganz, ganz toll. Und jetzt nimmt der Runde noch einmal Fahrt auf. Das könnte natürlich ganz die Runde sein. Und wie ist das Ziel denn bis 18.00? Hat er es geschafft. Es startet mit der Nummer 76, das ist ein bisschen, wie wir es wissen. Sie bleiben in der Umkehr und auf dem Runde bis zum Volkart. Und 10.01 ist in dem Team. Aber die Ballettführer ist das Nummer 76, das ist ein bisschen. Schönen Sie ab, ich auch. Das ist okay. Das ist Koki, die in der anderen Seite. Und das ist fast die Runde, die in der 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 Runde. Das ist Koki, die in der Runde.